Heute morgen habe ich mir gedacht, wie wäre das, wenn ich jetzt hier Dschungel-König werde würde, wie funktioniert denn das alles? Die kommen doch da an mit der Krone und mit dem Holzstock, mit dem Zepter oder wie viel Scheiß. Und woher wissen die denn genau hier, dass mir die Krone passt? Kommt da vorher an irgendwie und tut mir die Handpicks abmesseln und dann wird die Krone extra speziell hier für meinen schönen Body gebaut hier oder was? Wie geht denn das hier? Hat da einer mal von euch Ahnung, wie das funktioniert? Ja, ich weiß das nicht. Also ich habe mir das mal so überlegt. Es könnte ja sein, dass ich hier Dschungel-König werde hier. Das wäre geil, aber es ist die Frage, passt mir auch die Krone? Hier, was willst du denn mit der Dschungel-Kronen, wenn die hier laufen runterfällt? Oder hier, die bleibt der Obhänge hier im Näschenswo hier. Das ist doch mal eine wichtige Frage, wenn das so weit wäre, wie geht denn das dann? Die können das doch nicht von einem Moment hier schlafen über die Brücke, hier da ist die Krone für mich fertig gemacht oder was hier. Das geht doch nicht hier, das muss doch irgendwie alles denn funktionieren. Da muss vielleicht so eine Art Marschneider kommen hier, der bastelt das und wässt das und schneit rum hier. Ich habe noch keinen gesehen, der das macht, aber irgendwie muss es doch so sein. Alle Leute haben doch nicht dieselbe Hände gesehnt. Das geht doch nicht. Also wenn ihr das wisst, sagt doch mal Bescheid, schreibt doch unten in den Dinger da rein. Kommt mich doch an oder wie du sagst, hier du. Und wenn ihr Bock habt, macht doch mal Daumen hoch oder so, gell. Bis dann, machs gut, schön. Werft! twitter.